Hi Leute, hier ist AC Player und das ist die 28. Folge von Kingdom Hearts. Wir sind in Hollow Bastion. Haben gerade eben gegen Riku gekämpft. Wir können auf dem Wasser laufen. Das ist nichts. Aha, da gibt's was. Vier Aushüllungen sind zu sehen. Aber mehr verrät es uns nicht. Das heißt wir dürfen jetzt hier weiter. Bibliothek. Aha, hier waren wir schon mal. Hier waren wir schon mal. Und zwar in einem, sag ich jetzt mal Traum. Die Bücher sind in alphabetischer Reihenfolge geordnet. Hier ist die K-Reihe. Karma Buch, Band 8. Jawohl, hier waren wir. Da war die Oma von Kairi zu sehen. Drehen. Aha. So, das nehmen wir. Elixier. Da ist auch was zu drehen. Da ist auch was zu drehen. Vielleicht jetzt. Nein. Warum dreht er das nicht einmal leicht? Das ist wieder ein Buch. Ich glaube da, oder? Nein. Hier können wir die Bücher, glaube ich, tauschen. Ja. Da haben wir einen Schalter. Tür wurde entriegelt. Aber wir haben noch ein... Oh. Ein grünes Buch haben wir jetzt. Da ist gelb. Irgendwo war hier grün. Hier? Nein. Was oben? Ah. Hier gibt es ja auch noch Triotech. Ah, das ist Glück. Dann wird es irgendwo... Da unten sein. Hier. Wo können wir das Grüne machen? Aha. Hier werden zwei Grüne fehlen. Wir haben Band 6. Nein. Wir haben das zu Band 3 gemacht. Nein. Will ich nicht. Oh Mann, du Stachelkopf. Hier. Ich glaube, hier haben wir dieses Trollbuch. Toll, aber das bringt mir jetzt nichts. Ich glaube, ich habe ein gelbes nochmal, oder? Oder orangenes. Wie kann das sein? Hier fällt eins. Ja, und wie geht es weiter? Kirschrot. Diese Reihe ist nicht vollständig. Da war grün. Und hier war dieses... Das fehlt uns. Oh je, diese komische Rätseln. Und dann kriegen wir nochmal ein Buch. So, das Grüne ist jetzt unten. Wo war das? Hier. Ja. 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 Ah ja, und da ist das letzte Puzzlestück. Jetzt können wir hoch. Und da das letzte Buch platzieren. So, was passiert jetzt? Hier ist ein Eingang. Liftschacht. Will ich da überhaupt hin? Eine Tür wurde entriegelt. Warte mal. Ich weiß ja nicht, ob es hier nicht weiter geht. Wir kommen wieder zurück zu dieser Halle. Warte mal. Machen wir das hier jetzt erstmal. Ein Platz, der Miner gebührt. Und das ist noch nicht alles. Ein Blitz ist eingraviert. Äh, Blitz. Aha. Da haben wir etwas. Warte mal. Für das ganze Feuer jetzt. Die Ertrümmerungen stehen an meiner Seite. Und da haben wir das zweite Stück. Ah. Kriege ich hier jetzt das dritte. Trio-Tag. Trio-Tag. Jawohl. Aber eins fällt mir. Und ich weiß nicht, ob ich das hier bekomme oder weiter. na gut egal erstmal gehen wir gehen wir jetzt erstmal weiter zu diesem schacht wir brauchen vier stück und haben erste drei oder schon drei wie man es nimmt jeder sieht hier auch kompliziert aus wo fahren wir jetzt hin irgendwo hoch aber ich war da unten noch gar nicht je naja gut für das untere teil falls wir jetzt nicht gleich runter kommen sollen werden wir uns auch noch zeit nehmen ich weiß ja nicht vielleicht finde ich da irgendwelche verlorenen seiten so jetzt bin ich da und es bringt mir gar nichts gär also war schon ein wunderschöner ausflug kann man das überspringen nein oh man jetzt muss ich den ganzen weg wieder zurück ich frage mich was der zweck war davon jetzt da oben war ja nix naja gut aber ich weiß wohin das ist auch eins warte mal warte mal warte mal jetzt füllen wir uns auf und dann gehen wir komplett raus und dann gehen wir auf diese seite also da wo wir vorhin waren oder warte mal vielleicht sind es nur drei 1 2 3 es fällt noch einer es bestimmt ganz banal zu finden und ich werde mich hier dumm und dämlich suchen erwarte ich muss da auf die rechte seite aber jetzt kann ich gegen diese gegner auch 3 bloß nicht runterfallen so und jetzt möchte ich aber da hoch aber es steht es steht still nein warte mal Wieso fährt das? Oh man, der auch noch. Na komm, erledige ihn jetzt. Danke. Keine Reaktion. Da hatten wir schon mal eine Reaktion da drauf. Wie komme ich da hoch? Nein, so nicht. Warte mal, das fährt jetzt da hin. Oh, das schaffe ich nicht. Hä, wo muss ich denn hin? Wahrscheinlich muss ich das vierte Emblemstück finden. Aber, ich war doch schon überall. Erinnern wir nochmal in die Bibliothek. Vielleicht ist da irgendwo auf diesen Regalen ganz oben. Vielleicht steht da was. Hier kann ich nichts machen. Hier ist auch nichts. Wo ist das vierte Emblemstück, Mann? Hier kann ich auch nichts machen. Hier ist auch nichts. Gar nichts, gell? Doch, da kann ich auch nochmal drehen. Vielleicht ist das hier. Hallo, gib mir die Kiste. Oder das Kästchen. Jetzt werden wir so lange da dran rumdrehen, bis es endlich mal erscheint. Vor unseren Augen. Aber das bleibt ja die ganze Zeit gleich. Okay, jetzt sind wir beim Zweiten hier. Jetzt komm. Jawohl. Man muss nur ein paar Mal drehen. So, aber gebracht hat es mir immer noch nichts. Da muss ich doch irgendwie in diesen Schacht hier Liftschacht. Da kann ich echt nichts machen. Ah, da war eine Kiste. Nein! Da war eine Kiste. Ich sehe jetzt die Kiste. Mann! Verdammt. Hoffentlich ist oben auch eine, sodass es sich gelohnt hätte. So, dass es sich gelohnt hat, da hinzugehen. Mann, 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 Mann. Da sehe ich auch schon eine Kiste. Na komm, lass hier eine Kiste sein. Da oben ist eine. Ah, ja. Toll. Schon wieder so ein Quatsch. Diese... Oh, oh. Da komm ich ja gar nicht hin. Ja, super. Kann ich nichts machen. Also nochmal zurück. Mama mia. Ich hoffe, in dieser Kiste da unten finde ich ja diesen letzten Emblem. Eimer. Eieieiei. Doch nicht so einfach. Drei Stück haben wir. Warum kann ich das... Letzte nicht haben. Nein. Schon wieder Welpen. Kann ich damit irgendwas machen? Oh, Mann. Jetzt werde ich mich hier wieder dumm und dämlich suchen, bis ich irgendwas gefunden habe. Warte mal, das haben wir. Das haben wir auch gemacht. Wir haben hier doch schon alles. Kann ich dich noch bewegen? Nein. Nicht in diese Richtung. In diese Richtung. Ein Platz, der meiner gebührt. Das steht so ziemlich in der Mitte. Aber es ist noch nicht... Ah. Gott, bin ich dämlich, eh. Ohne Witz. So was Pups Einfaches. Wo ist die Kiste? Mann, Mann, Mann. Da haben wir das vierte... Emblem. Emblem. Oh. Und ich hab das nur ganz leicht bewegt vorhin. Und wohin geht's jetzt? Was los? W-Why? It was mine. Know this. The heart that is strong and true shall win the Keyblade. Der schon wieder. What? You're saying my heart's weaker than his? For that instant it was. However, you can become stronger. You showed no fear in stepping through the door to darkness. It held no terror for you. Plunge deeper into the darkness and your heart will grow even stronger. What should I do? It's really quite simple. Open yourself to the darkness. That is all. Let your heart, your being become darkness itself. Oh, Eriko, was machst du denn? Der kann doch nicht einfach irgendwelchen wildfremden Menschen glauben. Hallo, warte mal. Liftschacht, da will ich doch hin. So, jetzt. So, wohin jetzt zuerst? Das ist eine sehr gute Frage. Aber das irgendwo wird es uns bringen. Na komm schon. So, hier gibt es keine Kiste. Untergrundkanal. Hä? Erreichen wir das jetzt wieder von der anderen Seite? Oh, je. Jawohl. Jawohl. Oh, da sind die irgendwelche kleinen Zauberer. und wir haben wieder Maximum LP. Kerker. Je, wo bin ich denn? Das sind diese Gift-Dungi. Das sind die, die das Gift verspüren und da da haben wir da haben wir Kisten da haben wir ein Trio-Tag ein Trio-Tag. Jawohl, vielen Dank. Und hier komme ich ohne Biest nicht weiter. Eie, schade. da ist kerker und da liegt schafft und von da bin ich gekommen oder kann das sein ich weiß es jetzt gar nicht mehr nee hier war ich nicht na doch hier war ich schon ich komme jetzt langsam echt voll durcheinander noch mal warum leuchten manche blau und manche so komisch rot orange wenn ihr das wisst könnt ihr mir das gerne in den kommentaren schreiben ich habe nämlich keine ahnung lift schacht wieder wo komme ich denn hin okay so jetzt weiß ich es keine reaktion mehr bei diesen orangenen so wie es aussieht werde ich irgendetwas bekommen so dann gehen wir wieder zurück je so dann müssen wir jetzt wieder hoch und nein nicht ja schon wieder so und weg bist du nach oben was ist hier eingangs portal ne von da aus komme ich jetzt weiter will ich nicht jetzt nehmen wir mal hier wieder diesen und jetzt fahren wir nach oben aber jetzt ist richtig verstanden ich habe das sehr richtig verstanden da ist nur eine kiste nur eine kiste warte mal wir haben etwas bekommen und ich würde gerne wissen was das ist maxima ap steigen um 1p kann nur im menü benutzt benutzt werden nehmen wir das mal nehmen wir das mal so da somit habe ich jetzt ein np mehr so und da geht es weiter in diesen eingangs portal machen wir dann in der nächsten folge ich werde hier falls euch interessiert wie es im zweiten teil weiter geht ich werde hier den channel von game breakers verlinken in der beschreibung verlinken in der beschreibung zu diesem video schaut mal rein es lohnt sich auf jeden fall und wir sehen uns dann in der nächsten folge danke fürs zuschauen macht's gut und ciao ciao